Unsere Freunde schaffen und prägen unsere Standards. Was ist ein Standard? Ein Standard ist das Minimum, das man zu akzeptieren bereit ist. Unsere Freunde, unsere engsten Freunde, ich meine nicht die breite Masse, sondern unsere engsten Freunde, werden unsere moralischen Standards, unsere Leistungsstandards, unser Verhalten definieren. Sie bestimmen unsere Einstellung zum Leben. Wenn Sie Freunde haben, die Ihnen sagen, dass alle anderen schuld sind und so weiter, dann wird Ihnen das wahrscheinlich nicht helfen. Wenn Sie Freunde haben, die Sie ermutigen, Ihre Träume zu verfolgen, dann sind das die guten Freunde, die Sie eng in Ihrem Leben haben möchten. Heute werden wir über Freude sprechen. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich zunächst über meine Erfahrung mit Religion sprechen, und viele von Ihnen haben diese wahrscheinlich auch gemacht. Als junger Mann, vor allem als ich den Glauben für mich entdeckte, habe ich mir viele Kirchen angesehen. Einige waren wirklich liebevoll und nett, andere nicht. Viele Kirchen schienen Scham als Mittel einzusetzen, um einen näher zu Gott zu bringen. Ich würde sogar sagen, dass es Zeiten gab, in denen ich mir dachte, Mann, die Zeiten, in denen ich Gott am Nächsten bin, sind die, in denen ich weine und Buße tue. Viele von Ihnen haben diese Erfahrung gemacht, aber hier ist das Problem damit. Um Buße zu tun, muss man sündigen, oder? Man muss ein paar Fehler machen. Das war für mich ein Fragezeichen, denn ich fragte mich, wie kommt es, dass so viele Kirchen mich zu lehren scheinen, dass ich Gott am meisten erlebe, wenn ich Buße tue? Es bedurfte tatsächlich Charismatiker, um mir zu zeigen, nein, es gibt andere Wege, Gott zu erleben, als nur sich schuldig zu fühlen. Mit all dem will ich sagen, dass ich denke, dass wir im Leben vergessen, das habe ich als Pastor erkannt, dass Scham uns von Menschen trennt. Wenn wir ständig in Scham leben, treibt uns die Scham von anderen Menschen weg. Das ist aber nicht das, was Gott für uns will. Wenn Sie sich für Ihr Leben oder Ihre Vergangenheit schämen, vor allem, wenn Sie nichts getan haben und wenn Sie im Reich Gottes leben, unter Gottes Gnade und unter der Barmherzigkeit des Kreuzes, dann sieht Gott Sie. Theologisch würden wir sagen, so wie er Jesus Christus sehen würde. Denn Jesus wurde zur Sünde, damit Sie sündlos sein können. Es ist gut, frei von Scham zu sein. Wenn Sie ein besserer Vater, Ehemann, Ehefrau, eine bessere Mutter, ein besserer Freund sein wollen, ist eines der besten Dinge, die Sie tun können, Ihre schamlos zu werden und das kostenlose Geschenk der Gnade des gekreuzigten Christus anzunehmen. Dazu möchte ich Sie heute ermutigen. Wenn Sie noch nie eine Entscheidung getroffen haben, Jesus Christus nachzufolgen, dann bittet er Sie jetzt, ihm zu folgen. Treffen Sie heute diese Entscheidung. Ihr Leben wird nie mehr dasselbe sein. Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Der Grund, warum ich mit dem Thema Scham anfange und wie sie uns voneinander entfernt, ist, dass ich denke, dass das Beste, was man Menschen am Sonntag der Freude beibringen kann, die Wichtigkeit unserer Beziehungen ist. Wenn ich Ihnen eine Predigt darüber halten wollte, wie Sie völlig verzweifelt sein können, würde ich sagen, isolieren Sie sich, vereinsamen Sie, ruinieren Sie Ihre Freundschaften, brennen Sie Brücken ab, dann fühlen Sie sich verzweifelt. Menschen sind einzigartig, weil sie Leute sind, wobei die Leute, die ich kenne, sind alle Menschen. Ein komischer Satz. Aber wie nennt man, wenn jemand im Gefängnis alleine ist, diese Isolationshaft? Das ist Folter. Es ist eine Tortur, einfach alleine zu sein. Eines der besten Dinge, die wir tun können, um Gott mit unserem Leben zu ehren, um als Menschen zu wachsen, um in der Moral zu wachsen, um in unserem Nutzen für die Welt zu wachsen, um in unserem wirtschaftlichen Wert zu wachsen, um in all diesen Bereichen zu wachsen, ist es, in unseren Beziehungen zu wachsen. Deshalb werden wir heute darüber sprechen, wie wichtig es ist, tief und weit zu gehen. Tief im inneren Kreis zu gehen und ein weiteres Netz von Menschen zu bekommen, die verletzt sind, und denen in ihren schwierigen Zeiten zu helfen. Vielleicht haben Sie diese Geschichte schon mal gehört. Ein reicher Geschäftsmann, der seinen Abschluss in Harvard gemacht hatte, fuhr in den Urlaub nach Mexiko. Er stand am Ufer und schaute auf das Wasser, als ein Boot voll mit Gelbflossen Thunfisch anlegte. Ein junger Mexikaner, ein Einheimischer, der einen tollen Tag beim Fischen hatte, kam und der Geschäftsmann fragte ihn, wow, was für ein toller Fang, wie lange haben Sie dafür gebraucht? Er sagte auch, das waren ungefähr 30 Minuten, vielleicht eine Stunde, nicht allzu lange. Der Geschäftsmann sagte, warum haben Sie dann nicht noch länger geangelt? Sie hätten noch mehr Fische fangen und mehr Geld verdienen können. Aber der Mann sagte, nein, das ist alles, was ich brauche, um meine Familie zu versorgen. Es ist genug für heute. Da fragte ihm der Geschäftsmann weiter, wie sieht denn Ihr Tag hier unten in diesem kleinen Dorf in Mexiko aus? Der Mann sagte, nun, das ist ziemlich einfach. Normalerweise schlafe ich aus, dann gehe ich zum Fischen, fange etwas, dann komme ich nach Hause und spiele mit meinen Kindern. Dann essen wir als Familie gemeinsam zum Mittag. Dann mache ich mit Maria, meiner Frau, Siesta, und nach unserer Siesta machen wir einen schönen langen Spaziergang ins Dorf. Dort trinken wir etwas Wein, spielen vielleicht Gitarre, und später am Abend spiele ich mit meinen Freunden Karten. Der Geschäftsmann sagte, das klingt interessant, aber ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Er sagte, wirklich, ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Wenn Sie so viele Fische in weniger als einer Stunde fangen können, müssen Sie sich ein größeres Boot besorgen, eine Mannschaft einstellen und so viele Fische wie möglich fangen. Dann müssen Sie sich eine Flotte von Booten zulegen und schließlich aufhören, an den Zwischenhändler zu verkaufen. Gehen Sie direkt zur Konservenfabrik und verwenden Sie das Geld, um Ihre eigene Konservenfabrik zu gründen. Sie können sie in ganz Mexiko vertreiben und schließlich international. Und dann können Sie eine Menge Geld verdienen. Der Mexikaner fragte, wie lange wird das dauern, Sir? Worauf der Geschäftsmann meinte, oh, das wird etwa 15 bis 20 Jahre dauern, aber Sie werden Millionen verdienen. Der Fischer fragte, aber was soll ich dann machen? Der Geschäftsmann, das ist das Beste dran. Sie können das Unternehmen entweder verkaufen oder an die Börse gehen und sich dann zur Ruhe setzen. Der Mexikaner fragte, und was mache ich im Ruhestand mit Millionen? Und der Geschäftsmann sagte, alles, was Sie wollen. Sie könnten nach Hause ziehen, jeden Tag ein bisschen angeln, mit den Enkeln spielen, Mittagessen, eine Siesta halten, mit Ihrer Frau spazieren gehen, vielleicht eine Weinfrube machen, Gitarre oder Karten spielen, was immer Sie wollen. Tolle Geschichte, oder? Die Sache ist die, viele von uns, vielleicht alle, die nicht reich sind, träumen von Geld. Wir träumen von finanzieller Freiheit. Und viele von uns, die es zu etwas gebracht haben, träumen von noch mehr Geld. Viele von uns haben dabei den Gedanken von Freiheit. Das ist es, was wir wirklich wollen. Die Möglichkeit, nicht arbeiten zu müssen, wenn ich es nicht will. Hier ist die Frage, wenn Sie nicht arbeiten müssten, warum würden Sie nicht arbeiten wollen? Die Antwort lautet in der Regel etwa so. Damit ich meine Zeit mit den Menschen verbringen kann, die ich mag, oder damit ich das tun kann, was ich tun möchte. Zweifellos sind einige Ihrer schönsten Erinnerungen die, die Sie hatten, als Sie das taten, was Sie tun wollten, mit den Menschen, die Sie liebten. Wenn man über finanzielle Ziele nachdenkt, die man hat, dann geht es dabei oft um ein Haus. Aber was ist der Zweck von dem Haus? Was soll es? Man kann seine Kinder oder Freunde zu sich einladen, eine Party veranstalten oder ein schönes, großes Zimmer haben, in dem man sich mit einem guten Freund unterhalten kann. Oder ein Ziel ist, damit ich mit jemandem, den ich liebe, verreisen kann. Sie werden feststellen, dass es bei vielen dieser Träume, die wir haben, viel mehr um die Freiheit geht, gute Beziehungen zu haben, als um Geld. Nun trifft das nicht immer auf jeden zu, aber ich glaube, dass ein glückliches Leben ein Leben voller lebensspendender Beziehungen ist. Viele von uns haben viele Beziehungen, aber wir haben kein Leben. Und diese Beziehungen ersticken uns oft und wir machen uns die ganze Zeit Sorgen. Aber ein gutes, glückliches Leben ist eines, das voller lebensspendender Beziehungen ist. Und das können Sie in Ihrem Leben auch ohne Geld haben. Ist das nicht eine gute Nachricht? Natürlich wünsche ich Ihnen finanziellen Erfolg und finanzielle Freiheit und die Erfüllung Ihrer Träume, die Sie haben. Aber Sie können heute an diesen Beziehungen arbeiten und sehr oft werden diese Beziehungen Ihnen helfen, mehr in Ihrem Leben zu erreichen. Die Wertschätzung von Beziehungen als größtes Kapital im Leben ist etwas, das Frauen eher verstehen und Männer eher nicht. Kann ich darauf ein Amen von allen Damen im Haus hören? Ich habe irgendwo gelesen, dass Frauen Wert auf Beziehungen legen, wogegen Männer dazu neigen, Objekte wert zu schätzen. Männer mögen also Autos und Werkzeuge. Und das ist ein weites Feld. Nicht alle Menschen sind gleich, aber Männer mögen Objekte und objektivieren manchmal ihre Beziehungen. Und manchmal Beziehungen, sie vieren Frauen. Ja, ich habe dieses Wort erfunden. Ihre Objekte. Ich weiß noch, wie meine damals sechsjährige Tochter untröstlich war, weil wir Ivory, unseren Familienvan, verkauft haben. Sie sagte, das Auto sei doch ein Mitglied unserer Familie. Ich sagte, Haven, das war ein Stück Metall. Das war also eine interessante Sache. Und nur weil Frauen das verstehen und Männer nicht immer, heißt das nicht, dass es für Männer nicht gilt. Es ist wahr. Es gilt für alle. Und in der Regel lernen ältere Männer dies. Aber es dauert eine Weile, sodass junge Männer das in der Regel nicht bemerken, den Gedanken, dass der eigentliche Zweck eines guten Lebens tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen sind. Es geht nicht nur darum, die Ziellinie zu überqueren, sondern es geht darum, die Ziellinie mit Menschen zu überqueren, die einen lieben und die man selbst auch liebt. Das führt uns zu einer berühmten Geburtstagsfeier. Nicht direkt am Geburtstag, aber in Bethlehem, die vor etwa 2000 Jahren stattfand. Es beginnt mit einem Schurken. Sein Name ist Herodes. Herodes war zur Zeit von Jesus ein international berühmter Mann. Heute würde er als weltweit bekannter Promi gelten. Er wäre so etwas wie ein großer Wirtschaftstitan, vielleicht ein Milliardär. Das ist nicht unbedingt gut oder schlecht. Wahrscheinlich fallen Ihnen jetzt vier oder fünf ein. So ein Mensch wäre er auch gewesen. Sein Name war Herodes der Große. Er wurde vom Senat in Rom zum König der Juden gekrönt, und die Ironie dabei ist, dass er gar kein Jude war. Er war ein Edomiter, der mit den Juden verwandt war, aber er heiratete eine jüdische Prinzessin, was ihm gewissermaßen Legitimität verlieh. Aber er hatte immer das Gefühl, nicht wirklich der König der Juden zu sein, und das scheint in seiner Geschichte der Grund für viele seiner Verrücktheiten gewesen zu sein. Um sich zu beweisen, baute er Caesarea Maritima, einen wunderschönen Palast. Er baute Masada, Sie haben vielleicht schon davon gehört. Das ist eine große, schöne Festung im Süden, um sich vor Kleopatra zu schützen. Er baute viele berühmte Gebäude. Er baute den großen Tempel, dessen Fundamente heute noch stehen. Und er baute dieses Gebäude, das Herodium. Hier hat er die meiste Zeit gelebt. Es wurde nach ihm selbst benannt, und es war eine Festung, beziehungsweise ein Palast mit Dienern und Wasser. Er wurde Herodes der Große genannt, weil er so ein großer Baumeister war. Aber er war böse. Er tötete diese Prinzessin. Er ermordete sie. Er ermordete mehrere Familienmitglieder. Wahrscheinlich hat er noch viele andere Menschen ermordet, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Und er war ein isolierter, offenkundiger Spinner. Immer versuchte er zu beweisen, dass er der König der Juden ist. Eines Tages kam eine Gruppe von Mystikern aus dem über 1000 Kilometer entfernten Osten mit einer riesigen Karawane, weil sie einen Stern gesehen haben und ihnen gesagt wurde, dass an diesem Tag der König der Juden geboren werden würde. Sie folgten also dem Stern. Sie reisten, und ich mag dieses Bild, weil es uns zeigt, wie es wirklich ausgesehen haben könnte. Es waren nicht nur drei Leute. Es wird ein ganzes Gefolge gewesen sein. Eher so wie wenn Aladin nach Agrabah kommt, falls sie den Film Aladin gesehen haben. Als sie hereinkamen, wurden die Tore Jerusalems geöffnet. Sie marschierten zum Stadtzentrum und stellten die Frage, wir sind, o König, über 1000 Kilometer hergekommen, um hier zu sein und dir diese Frage zu stellen. Wir haben gehört, dass der König der Juden geboren wurde. Wo ist der König der Juden? Es heißt, dass die ganze Stadt Jerusalem in Auffuhr war. Warum? Wir alle wissen, wer der König der Juden ist. Er heißt Herodes. Er wohnt dort drüben im Herodium. Hat er einen Sohn? Was ist denn da los? Herodes ist natürlich wütend. Er lädt diese großen Weisen in sein Schloss ein und sagt, wenn ihr dieses Kind findet, mit Zähnen wie Messern, dabei lächelnd, lasst mich wissen, wo es ist, damit auch ich hingehen und es anbeten kann. Wir kennen diese Geschichte. Die Könige machen sich auf den Weg, finden das Kind, bereiten die Geschenke vor ihm aus. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir an Weihnachten Geschenke machen. Und es gibt ein großes Fest. Das ist einfach ein schönes Bild. Wir sehen es die ganze Zeit, das Krippenspiel in den Ecken der Kirchen und in den Häusern von Menschen. Ein großartiges Bild von Reichen, von Armen, von Einflussreichen, von Unbekannten, von Kindern, von Alten, die zusammenkommen, um Gott zu verherrlichen und ihm für den wichtigsten Tag überhaupt zu danken, die Geburt von Jesus. Das Interessante an dem Herodium, das ich Ihnen gezeigt habe, ist, dass es etwa fünf Kilometer von Bethlehem entfernt liegt und dass Herodes ganz allein und isoliert war. Ein alter Mann, eine Hülle von einem Mann. Er weiß es nicht, aber er hat nur noch vier oder fünf Jahre zu leben und alles, was er versucht ist, sich an allem festzuklammern und sich zu beweisen. Er ist nur noch eine leere Hülle von einem Mann. Und heute sagen alle, wen interessiert er noch? Wen interessiert er? Niemand interessiert er. Was uns interessiert, ist das Baby, das geboren wurde, und er hat es verpasst. Die Frage, die sich uns stellt, ist diese. Wie auf dem Leben opfern wir in unserem Bedürfnis, etwas zu erreichen, was eine gute Sache ist, oder in unserem Bedürfnis, etwas aufzubauen und Großes zu tun, was alles gute Dinge sind, das wirklich Wichtige für diese Dinge. Es ist so wichtig, ein Gleichgewicht zu finden, wenn man etwas erreichen will. Aber natürlich sollte das Gleichgewicht immer in Richtung der Menschen kippen, die man liebt. Das ist schwer, wenn man etwas Großes leisten will. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Sicht von Beziehungen verstehen und wissen, wie wir eine tiefe Verbindung zu Menschen aufbauen können, und dass dies unser größter Schatz ist. Bevor ich mit dieser Botschaft weitermache, möchte ich Ihnen als erstes etwas ins Gedächtnis rufen, was ich schon oft gesagt habe. Freiheit ist die Währung der Liebe. Ich weiß, das klingt seltsam, aber je mehr Liebe Sie in Ihrem Leben haben, desto weniger Freiheit werden Sie haben. Ich habe das gelernt, als ich ein Kind war und einen Hund namens Maya Pappers bekam. Pappers war ihr zweiter Vorname, Schuller war ihr Nachname. Maya Pappers Schuller, MPS. Sie war meine beste Freundin. Ich erinnere mich, wie ich dieses Hündchen als Welpen bekam und dachte, oh, die ist so süß. Ich war mir einfach nicht bewusst, wie viel Verantwortung ich gerade in meinem Leben übernommen hatte. Ich wollte Videospiele spielen und sie wollte Gassi gehen. Ich wollte zu Mittag essen und sie wollte sich streicheln lassen. Und dann wollte sie etwas essen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind manchmal das Gefühl hatte, oh, ich weiß nicht, ob ich einen Hund will. Ich muss mich um den Hund kümmern, ich verliere meine Freiheit, bla bla bla. Aber natürlich war es das alles wert, wenn man morgens aufwacht und ein Hund einem die Augen leckt. Aus irgendeinem Grund haben Sie es immer auf die Augen abgesehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist etwas, das wir lernen, wenn wir älter werden. Je mehr Liebe man in seinem Leben hat, desto weniger Freiheit hat man. Vielleicht haben Sie das bei Ihrer ersten Freundin oder Ihrem ersten Freund gelernt. Sie haben es ganz sicher gelernt, wenn Sie jemals Kinder hatten. Sie haben das ganz sicher gelernt, wenn Sie jemals ein überzeugter Christ geworden sind. Gott möchte etwas von unserer Zeit. Er möchte, dass wir sonntags in eine Kirche gehen. Er möchte, dass wir unsere Bibel lesen. Er möchte, dass wir beten, wenn wir uns ängstlich fühlen. Er möchte, dass wir unser Essen segnen. Es gibt also solche Verpflichtungen. Und je mehr Liebe und Mitgefühl und je mehr Leben man daraus zieht, desto weniger Freiheit hat man. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Menschen darauf reagieren. Erstens, manche Menschen ärgern sich darüber. Wenn die Ehefrau sagt, komm doch um 17 Uhr nach Hause, weil ich dich sehen und mit dir zusammen sein will, dann nehmen manche Männer das Übel. Oder manche Frauen nehmen das Übel. Manche Menschen nehmen es dem Hund Übel, dass er gebellt hat, weil er Gassi gehen will. Manche Menschen nehmen so etwas Übel. Andere Menschen, Menschen wie Sie, werden sich wiederum dagegen auflehnen und sagen, ist das denn nicht ein Geschenk, dass es jemanden in meinem Leben gibt, der mich braucht? Was für eine Freiheit war das für mich, als ich erkannt habe, dass ich dieses Geschenk habe, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die ich liebe, die mich lieben, die mich brauchen, um die Art von Mann zu werden, die sie brauchen. Was für ein Geschenk ist es, dass Sie Menschen in Ihrem Leben haben, die Sie lieben, die in Ihrer Nähe sein wollen, die Zeit mit Ihnen verbringen wollen. Das ist ein wirklich großes Geschenk. Aber die Sache ist die, im Leben gibt es so viele Menschen, denen wir begegnen, mit denen wir Zeit verbringen und mit denen wir etwas unternehmen, dass wir irgendwann begreifen müssen, dass wir diese Beziehung nicht nur wertschätzen müssen, sondern auch darüber nachdenken müssen, wer in unserem Leben Einfluss hat. Um ehrlich zu sein, wenn Sie mir Ihre engsten Freunde zeigen, werde ich Ihnen Ihre Zukunft zeigen. Das ist interessant. In der Bibel heißt es, wie Eisen Eisen schärft, so schärft ein Mensch den anderen. Aber ich glaube, das Gegenteil ist auch wahr. Wie Eisen anderes Eisen stumpf macht, so macht ein Mensch den anderen stumpf. Als Teenager, Sie erinnern sich, hatten Sie vielleicht ein paar abgestumpfte Freunde. Ich weiß noch, dass ich ein paar ziemlich dumme Freunde hatte, die mich dazu überredeten, dumme Dinge zu tun. Hey Bobby, du solltest da runterspringen. Hey Bobby, du solltest das hier probieren. Was ist das? Ich weiß nicht. Probieren wir es mal. Es ist interessant, wie sehr die Menschen, mit denen man sich umgibt, einen im Leben beeinflussen können. Wir kennen das von unseren Kindern. Wenn sie Kinder haben, würden viele von ihnen sagen, dass sie nicht übermäßig dominierend sein wollen, aber sie wollen irgendwie schon kontrollieren, wer die Freunde ihrer Kinder sind, oder? Sie wollen darauf achten, dass ihre Kinder Freunde haben, die einen guten Einfluss auf sie haben. Das ist ja auch wirklich wichtig, denn sie wissen, welchen Einfluss die Kinder haben werden. Ich weiß, dass man als Pastor alle möglichen Leute trifft. Wenn man einer trauernden Mutter begegnet, die leidet, weil ihr Sohn an einer Überdosis Drogen oder durch Gewalt in einer Gang gestorben ist, und man mit ihr spricht und sie tröstet, wird sie mit Tränen in den Augen sagen, mein Sohn war ein wirklich guter Junge. Er hat sich nur mit den falschen Freunden eingelassen. Und wissen Sie was? Diese Freunde haben auch Mütter. Und wenn diese Mütter weinen und sagen, er hat sich mit den falschen Freunden eingelassen, dann sprechen sie auch über den Sohn dieser Frau. Das ist verrückt. Das Interessante daran ist ja, dass wir alle verstehen, aber irgendwie denken wir, naja, wenn ich 18 bin, muss ich das mit meinen Freunden nicht mehr regeln. Irgendwann, wenn ich erwachsen bin, haben Freunde keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Es ist doch erstaunlich, was wir für unsere Kinder alles wollen, das wir für uns selbst aber nicht wollen. Wir wollen, dass sich unsere Kinder gesund ernähren, während wir selbst Ramsch essen. Wir wollen, dass unsere Kinder gute, einflussreiche Freunde haben, während wir selbst schlechte, einflussreiche Freunde haben. Das ist der springende Punkt. Unsere Freunde schaffen und prägen unsere Standards. Was ist ein Standard? Ein Standard ist das Minimum, das man zu akzeptieren bereit ist. Unsere Freunde, unsere engsten Freunde, ich meine nicht die breite Masse, sondern unsere engsten Freunde werden unsere moralischen Standards, unsere Leistungsstandards, unser Verhalten definieren. Sie bestimmen unsere Einstellung zum Leben. Wenn Sie Freunde haben, die Ihnen sagen, dass alle anderen schuld sind und so weiter, dann wird Ihnen das wahrscheinlich nicht helfen. Wenn Sie Freunde haben, die Sie ermutigen, Ihre Träume zu verfolgen, dann sind das die guten Freunde, die Sie eng in Ihrem Leben haben möchten. Jetzt sagen Sie vielleicht, Bobby, warte mal, hat sich Jesus nicht auch um die Sünder und gebrochenen Menschen gekümmert? Hat er auf jeden Fall, hundertprozentig, und das sollten wir auch. Aber der innerste Zirkel von Jesus waren die Jünger, und als er sie aussandte, sandte er sie zu zweit aus. Und als er zum Vater betete, betete er darum, dass sie eins sein sollten, wie er und der Vater eins sind. Unsere Beziehungen sind wie eine Dartscheibe mit Ringen, und der Ring, von dem ich spreche, ist das Bullseye, der Ring in der Mitte. Ihre engsten Freunde, die Familienmitglieder, die Ihnen wichtig sind, das ist der Ring, auf den es wirklich ankommt. Und hier müssen Sie sorgfältig sein. Sie müssen bewusst darauf achten, die Art von Menschen zu treffen und Beziehungen zu den Menschen aufzubauen, die in eine ähnliche Richtung gehen wie Sie selbst. Die Bibel hat dafür den Begriff, im selben Joch. Ein Joch, wie bei zwei Ochsen, die aneinander gekoppelt sind. Sie gehen in dieselbe Richtung. Sie wollen doch nicht mit Menschen verbunden sein, bei denen Sie sich, wenn Sie weggehen, niedergeschlagen und grausam fühlen oder das Gefühl haben, schlechte Entscheidungen getroffen zu haben. Sie wollen Menschen in Ihrem Leben haben, die Sie aufrichten. In der Bibel steht, dass die Liebe von Jesus Christus tief und weit ist. Tief und weit. Was ist damit gemeint? Tief, das bedeutet, dass er uns genau kennt, wie wir sind, und dass er uns so liebt, wie wir sind. Weit bedeutet, dass sie für alle gilt. Die Art von Liebe also, die wir haben sollten, wenn wir wie Jesus lieben wollen, ist eine Liebe, die tief und weit ist. Lassen Sie uns zuerst über die Weite sprechen. Ich weiß, dass einige Leute hier sind oder zuschauen, die sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin nicht gut darin, Leute zu treffen. Vielleicht können wir ja sagen, dass so ziemlich alles im Leben und besonders das hier eine Fähigkeit ist, Leute zu treffen, neue Leute zu treffen, sein Netzwerk zu erweitern und solche Dinge. Es geht darum, als Person zu wachsen. Ja, es gibt Bücher, die man lesen kann und Dinge, die man tun kann, um das mehr zu lernen. Aber hier ist etwas Interessantes, das ich von einem Mann namens Jim Rowan gehört habe. Er deutete einen Bibelferst, den ich schon eine Million Mal gehört hatte. Es war so interessant, diesen Vers auf diese Weise zu hören. Er sagt, Gott sieht das Herz, aber der Mensch sieht nur das Äußere. Es gibt etwas, das wir lernen können. Ja, Gott sieht das Herz und der Mensch sieht nur, was außen ist. Und wir können dann sagen, nun, der Mensch sollte nicht auf das Äußere schauen, sondern auf das Herz. Wir können das aber nicht mit sollte und sollte nicht hinkriegen. So sind die Dinge nun mal. Es ist wichtig, über den ersten Eindruck nachzudenken. Sehr oft meint das, freundlich zu sein und ordentlich auszusehen. Ich weiß, das klingt wie etwas, das man in einer Kirche nicht sagen sollte, weil Gott jeden liebt. Aber es geht um Zähne putzen, Haare zurecht machen und duschen. Folgendes habe ich immer gedacht. Wissen Sie, was mein Lieblingsoutfit ist? Sporthosen ohne T-Shirt und Flipflops. Das ist mein Lieblingsoutfit. Und an einem Ort wie Südkalifornien kann man mit sowas durchkommen. Aber wenn man Freunde gewinnen und Menschen beeinflussen will, wie es so schön heißt, reicht das nicht aus. Da hilft es ordentlich auszusehen. Es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie man sich kleidet. Man kann sich nicht wie ein guter Mensch kleiden, aber man kann sich kleiden wie ein schlechter Mensch. Ist doch interessant, oder? Man kann sich wie ein Bandenmitglied anziehen. Man kann sich anziehen wie einer, der jemanden überfallen will. Ziehen Sie sich also nicht so an. Das sind Dinge, die wir oft nicht verstehen. Dass es gut ist, zu erkennen und zu verstehen, dass wir mit vielen dieser Dinge sorgfältig sein müssen, wenn wir Menschen erreichen wollen. Ich glaube, ich habe zu viel Zeit auf dieses Thema verwendet. Es ist nicht super wichtig in dem Sinne, dass wir nicht eitel sein wollen, aber wir müssen ordentlich aussehen. Und vergessen Sie nicht, dass die Menschen gerne über sich selbst reden. Menschen reden gerne über sich selbst, besonders Kinder. Wenn wir also jemanden treffen und uns freuen, sagt dieser jemand, ich war vor kurzem in Mammoth. Und Sie wollen sagen, ich war auch in Mammoth, stimmt's? Aber besser wäre es, wenn man sagt, erzähl mir mehr über Mammoth. Okay. Das ist also die Weite. Ordentlich aussehen, an andere Menschen denken, sich um andere kümmern. Menschen sehen, denen es schlecht geht, vor allem für Menschen da sein. Und dann tief. Es gibt wahrscheinlich vier, fünf, sechs Menschen, die tief gehen können. Manche Menschen sind besser darin als andere. Aber es ist wichtig, dass man die Menschen und Beziehungen im Leben so betrachtet, wie ein Gärtner einen Garten betrachtet. Ich habe bei der Gartenarbeit gelernt, dass man ständig dranbleiben muss. Sie erfordert Fleiß. Man muss sich jeden Tag darum kümmern. Man muss jedes Unkraut zupfen. Man muss ihn düngen, man muss ihn gießen, er muss Sonne bekommen, er muss richtig behandelt werden. Wenn Sie Ihre persönlichen Beziehungen auf diese Weise betrachten, werden Sie froh sein, dass Sie es getan haben. Es gibt eine Sache, die Sie in Ihrer Beziehung zu Ihrem Partner oder Ihren besten Freunden tun können. Zeigen Sie ihnen immer wieder, dass Sie ihnen wichtig sind und dass Sie bei Ihnen sicher sind, dass Sie genauso sein können, wie Sie sein wollen. Viele von Ihnen sagen sich, oh, wenn meine Frau oder mein Mann mit mir über mich reden würde, würde ich wahrscheinlich ausrasten. Okay, Sie müssen beweisen, dass das nicht mehr der Fall ist. Finden Sie Ihren eigenen Weg, das zu tun. Es gibt noch etwas, das Männer in Beziehungen wirklich gut können und das für jede Beziehung wichtig ist, nämlich Rituale. Es ist wichtig, dass Sie sich zum Beispiel in Ihrer Ehe einen Abend Zeit füreinander nehmen oder dass Sie sich einmal in der Woche mit Ihren Kindern treffen, auf einen Kaffee oder ein Frühstück mit guten Freunden, mit denen Sie etwas unternehmen wollen. Haben Sie einmal im Monat oder einmal in welchem Zeitraum auch immer ein Treffen, um ein Fußballspiel anzuschauen oder spazieren zu gehen oder gemeinsam zu beten? Oder stellen Sie sich vor, sonntags in eine Kirche zu gehen? Sie gehen mit Ihren Freunden in eine Kirche. Solche Rituale sind wichtig. Und was am wichtigsten bei den Menschen ist, die Ihnen wirklich wichtig sind, tun Sie Ihr Bestes, um Himmel und Erde in Bewegung zu setzen und Ja zu sagen, wenn Sie sie zu etwas einladen. Ich erinnere mich an etwas, das mein Vater mir kürzlich gesagt hat. Er sagte, als Ihr Teenager wart, haben wir als Eltern gelernt, dass wir nicht mehr der Mittelpunkt Eures Universums sind. Und wir haben beschlossen, dass wir alles stehen und liegen lassen und Ja sagen, wenn Ihr uns zu etwas einladet. Das hat er mir vor kurzem erzählt und ich fand das interessant. Er sagte, wir haben versucht, das so zu sehen, dass wir so privilegiert sind, dass unser Teenager-Sohn will, dass wir uns sein Videospiel ansehen, es mit ihm spielen oder was auch immer, dass wir uns die neue Sache, die er gemacht hat, ansehen oder zu seiner Show gehen. So haben wir versucht, alles stehen und liegen zu lassen und hinzugehen. War das immer so? Nein, aber ich denke, das ist eine tolle Einstellung, die man haben sollte. Vielleicht sind Sie keine Eltern, vielleicht sind Sie nicht verheiratet, aber es gibt wichtige Beziehungen, wichtige Freundschaften in Ihrem Leben und ein Freund lädt Sie zu etwas ein. Wenn Sie ein Treffen verschieben können, wenn Sie mit einem Projekt, an dem Sie arbeiten, warten können, um mit dem Freund oder mit Ihren Kindern oder Ihrem Partner oder Ihren Eltern oder den Menschen, die Ihnen wichtig sind, zusammen zu sein, dann wird es Ihnen viel bedeuten, wenn Sie das weiterhin tun. Sie werden sich daran erinnern und das wird viel bewirken. Sie wollen ein lebensspendendes Leben? Es kommt von lebensspendenden Beziehungen, die wir mit Hingabe pflegen. Letzten Endes werden wir uns nicht an Projekte erinnern, sondern an die Geschichten, die wir erzählt haben. Lieder und die Umarmungen, das ist es, was zählen wird. Investieren Sie also weiter in Ihre Beziehungen und Ihre Beziehungen werden Sie aufbauen und sogar an Ihnen arbeiten. Vater, darum bitten wir Dich im Namen von Jesus. Wir bitten Dich, dass Du uns die Fähigkeit lehrst, liebevolle Menschen zu sein und Liebe zu empfangen, ohne Angst zu haben. Und wie wir mit Freunden und der Familie, die uns wichtig ist, in die Tiefe gehen können. Wir danken Dir und wir lieben Dich. In Jesu Namen und alle sagen Amen. Es ist schön, dass Sie mit uns diesen besonderen Adventsgottesdienst gefeiert haben. Heute haben wir die Kerze der Freude angezündet. Diese Kerze erinnert uns an das Licht der Freude von Jesus Christus an jedem Ort. Leid und Sorgen werden verschwinden. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Freude mit der Erwartung seiner Geburt wächst und Sie seine Liebe und Gegenwart erleben. Nehmen Sie Gedanken aus dem heutigen Gottesdienst mit in Ihre nächsten Tage. Es ist schön, dass Sie ein Teil von Our of Power sind, denn Our of Power ermutigt, verbindet und berührt. Vielleicht sind Sie heute zum ersten Mal auf unseren Gottesdienst gestoßen und haben Inspiration für Ihr Leben erhalten. Wenn Sie sich noch nie bei uns gemeldet haben, schenken wir Ihnen die DVD oder die Audio-CD des heutigen Gottesdienstes. Erleben Sie diesen Gottesdienst zum Thema Advent, Gottes Verheißungen meines Gut mit Dir, noch einmal. Und wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!